So, hallo und herzlich willkommen hier beim Stream von Warcraft 2 von Avantgardist, das bin ich. Und wir müssen jetzt hier in dieser, ich glaube es war die fünfte Mission, Tollbarat einnehmen und Don Modr zerstören, Dein Modr zerstören vielleicht. So, und da oben geht es schon rund, oder? Oh, 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 die werden sich nicht mehr lange halten können. Oder? So, dann mal lieber hier schnell, schnell übersetzen. Zack, rein in den Bauch der Fähren und ab dafür. Jojo. Na komm, schnell. Noch schneller. Komm, 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 bitte. So, dann müssen wir uns jetzt hier aber schicken. Jojojo. Aufzmogel. Und schau mal, wer da ist. Den hauen wir auch gleich aufs Gesicht. Und ihr? Habt ihr euch gedacht, da gehen wir nicht mit, oder was? Oh, der ist doch da mal ganz gut aufgehoben. Du darfst gleich ein bisschen Geld verdienen. Also, kann er nicht. Stehen zu viele im Weg, oder? Und ich sehe schon, wir haben wieder ein neues Gebäude eingenommen. Nämlich hier eine, eine, wie heißt denn, eine Schmiede. Oh ja, genau. Na, das ist doch was. Da upgraden wir gleich unsere ganzen Einheiten. Zu wenige Nahrung. Na, hey. Haben wir euch noch nicht eingenommen. Ach doch, die roten Sächelchen werden uns einfach auf der Karte nach wie vor roter angezeigt. Wobei ich es jetzt hier einfacher finde, das Rot, das hebt sich vom Braun nicht so stark ab. Da sehe ich es jetzt ohne diesen Hintergrund doch ein bisschen besser. Okay, und dann haben wir jetzt hier einen Flugapparat. Schau, 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 schau. Ja, der darf doch jetzt gleich hier mal ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Und wird hoffentlich nicht abgeschossen. Und auch ihr scoutet dann hier hoch, so ein Burschen. Jetzt, nachdem unsere Jungs hier aber so hart, hart schupften, müssen wir denen natürlich auch ein bisschen... Ja, ja, das kommt vor. Ja, Milord. Jui. Oh, Neuschweine. Oh, das sieht doch mal bösartig aus. Weiß ich nicht, ob ich davon einen Burger haben wollen würde. Beziehungsweise, ja, gut, okay, Burger. Burger gibt es ja eher aus Rindfleisch. Aber wir wollen ja hier nicht klug scheißen, oder? Wollen wir da? Nein, wollen wir nicht. Ah ja, hier. Du bist unser Essensbeauftragter. So, dann ist hier nur ein Holzfäller. Jai. Okay, hier noch kein Feinkontakt, wie ich sehe. Also, ich merke schon, das wird hier eine etwas umfangreichere Mission. Ich bin am Überlegen, ob ich die Aufnahme in zwei Teile teile. Aber das sehen wir ja dann. Zack. So. Wart, wart, wart. Ja dann, schwert euch. Sehr gut. Und? Gut, wo ist jetzt mein Flugaufklärer? Der ist hier. Das muss auch mal da oben. Was, 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 was? Oh. Ein Bösewicht. Ja, mein Lord. Alles gar nicht so einfach. Aha. Und noch ein Hof. Und... Warum auch nicht? Ich glaube, dann muss auch mal gut sein, dass man hier. Zu Diensten. Und ich bin schwer überzeugt, dass hier oben die Haupt-Org-Basis zu finden ist. Und hier in der Mitte ist bestimmt noch irgend so eine kleine, kleine Goldmine. Wenn ich hier mal die, ja, Missions-Designer richtig einschätze. Jawohl, Goldmine hier, sag ich doch. Ja, warum auch nicht? Alles klar. Was soll das? Alles klar. Ui, ui, ui. Das Nome Gustat. Habe ich die beiden jetzt hier... Ah, ja. So, weil hier bauen wir uns gleich unseren nächsten kleinen Stutzpunkt auf. Jawohl. Wo stellen wir das Ding ins hin? Alles klar. So, ein bisschen in den Schutz der Bäume. Ach, komm. Ja. Ach, komm, ey. Ich darf nicht zu nah an einer Goldmine liegen. Okay. Warum auch nicht? Ja. Warum auch nicht? Warum nicht? So, könntest du jetzt einfach mal hier Ruhe geben, du schon? Wer meinen Expansionsvorhaben im Wege steht, der kriegt aufs Mobile. Huch, was ist denn hier los? Oh, da unten ist auch noch was los. Genau, als Bogenschütze muss ich natürlich genau auf Kontakt fliehen. Also, ich merke schon, wir werden hier auch Wachtürme holen. Oh, wir werden hier einen hin. Sie greifen uns an! Wo denn nun wieder? Oh. Oh. Oh, wir werden hier schon unterweist. Vermögel. Schon unterweist. Milord? Warum auch nicht? Sie greifen uns an! Jo, Kanonenturken. Komm, was soll der Geiz? Wir wollen uns hier ein bisschen länger einrichten. Oh. Ja, Milord, wie sie wünschen. Ja, Milord, ja, Milord. Sofort. Sie greifen uns an! Sofort. Für die Alligade-Dünsten. Ja, Milord, wie sie wünschen. Also, warum auch nicht? So, komm, schnell, mehr Gold. Äh, nicht mehr Gold, mehr Holz. Mit Gold läuft es ja hier schon mal ganz gut. Zu Dünsten. Ja, alles klar. Nee, 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 nicht alles klar. Jetzt kommt erstmal hier eine Kaserne hin. Bevor wir jetzt hier noch weiter... Äh, äh, äh. Sie greifen uns an! Was? Wo? Ja, ich bin schon unterwegs. Sie greifen uns an! Nichts wie weg! Ja. So. Schneller tragen. Halt. Genau, dich brauche ich. Ja, Milord. Und zwar bauen wir uns jetzt hier eine Kaserne hin. Okay. Du hilfst mit. Okay. Du hilfst mit. Du hilfst mit. Zu Diensten. Milord. Alles klar. Was soll das? Alles klar. Oh, Dinger. Ballista-Stärke. Uh, wir können uns erstmal als eine Ballista bauen. Das ist sehr, sehr gut. Ja, kommt, Geld haben wir ja genug. Oh, mein Herrscher. Nichts wie weg. So, als nächstes steht dann ein Hafen. Auf meiner Wunschliste. Ohne Hafen kann ich nämlich hier mit dem Öltank gar nichts anfangen. Eigentlich sind das ganz schön viel verschwendete Ressourcen, wenn ich das so bedenke. Also, was soll ich noch nicht? Okay. Ausbau zur Burg. Was? Mehr Holz. Noch mehr Holz. Okay. Ja, ich sehe schon. Jetzt, jetzt. Milord? Alles klar. Okay. Kommt, ihr hackt jetzt alle mal schön über das Holz da unten. Ich möchte nämlich möglichst bald eine Burg haben. Gut, unsere Einheiten sind mittlerweile schon voll abgegradet. Was soll ich tun? Oh, Burly, der Holzfäller. Wer kennt Burly? Burly in das saukreisfeste Wischstuhl. Oh, läuft doch. Oh, guck dir das an. Kriegen wir gleich mehr Gold dafür, für diese Investizion. Auch hier oben machen wir das Rathaus zur Burg. Was? Und so. Oh, guck dir das an. Ja, Milord. Ja, Milord. Ja, Milord. Sofort. Ja. So, pass auf. Nachdem die hier mal alle von da oben kommen, geht ihr hier mal ein bisschen spazieren, dass da was los ist, hier in der Hütt. So, Ulf, komm mal her, den nenne ich jetzt Ulf. Das ist mein persönlicher Ulf. Uh, eine Erfinderwerkstatt. Das, wenn ich vorher gewusst hätte, dass es hier Erfinderwerkstätten gibt, na, da wäre ich ja. So fände ich ja total duft, der Junge. So, patrouillieren hier, links, rechts, vor, zurück. Schön weitermachen hier. Ich höre schon wieder Kriegsgeräusche. Ja, das ist gut. Okay, zu wenig Öl. Wo ist die nächste Ölquelle? Na, nicht hier irgendwo immer eine? Ja, so, mal gucken, mal gucken. Das ist doch eine, jawoll. Das ist auch eine. Örbohl. Und du? Was schläfst du da so traurig? Warum bauen wir lieber eine Ölraffinerie? Warum auch nicht? Oh mei, jetzt habt ihr hier keine Bäume mehr, oder? Ja, Milord. So, mithelfen. Ja? Ja, Milord. Okay, nicht genug Platz. Ich seh schon. Dann mal hier. Warum auch nicht? Arbeit ausgeführt. Nicht gut. Oh. Warum auch nicht? Dann kommt ihr jetzt mal mit hier in die Pferde hinein. Und lasst euch hier anlanden. Mach mal mit. Aye, sir! Aye, Captain! Milord? Okay. Alles klar. Aye, Captain! Aye, Captain! Ich sehe das schon voraus. Wir werden auch hier wieder... Ach komm. Wir werden auch hier wieder... eine kleine Garnison brauchen. Sonst würde das nischt. Wie viel Öl haben wir denn hier? Auch mehr als genug. Jetzt bin ich gerade gegen mein Mikro gestoßen. Und verzeihe es mir. So, noch ein Öldampfer. Öltanker. Was es nicht im Mittelalter schon alles gegeben haben muss. Ja, da fällt mir ein. Ich wollte doch noch so eine Erfinderwerkstatt haben hier. Zack. Jui, so eine Ballista lässt sich ja Zeit hier. Wer, wen und vor allem wo. Und wenn ja, wie viele. Oh, Leute. Oh, Leute. Das ist jetzt mein kleines... Eure Hoheit. Ach, was war denn das jetzt? Mein Herrscher. Nichts wie weg für die Allianz. Nichts wie weg. Hallo, Aminos. Ein Erfindergnom. Für die Allianz. So, hier ist mir jetzt hier auch im Gegenteil. Ja, das ist schön. Für die Allianz. Oh Gott, ist er jetzt da wirklich an diesem einen Vorsprung gescheitert? Toll, wirklich toll. Okay, hier ist die große Basis. Ich sehe schon... Ah, was ist denn hier? Ja. 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 Gut, hier gibt es jetzt... Warum auch nicht? Noch ein bisschen Gold abzubauen, okay. Dann Leute, nachdem hier sowieso nicht so dicke was los ist. Mit Gold und so. Ja, voll. Freunde. Alles klar. Hallo. Hallo. Halt. Wir wollen doch ein ganz normales Sägewerk hier. Alles klar. Hallo. Hallo. Das rentiert sich ganz bestimmt. Hallo. Alles klar. Hallo. Warum auch nicht? Erledigt. Warum auch nicht? Ja, Milord. Ja, Milord. Ja? Warum auch nicht? So, und in Nullkommanichts ist hier alles abgeforstet. Hier wird es sich nicht gerade rentieren, oder? Ja, obwohl. So ein einsames, kleines Sägewerk. Könnte man schon mal drüber nachprüfen. Ja, und hier? Da ist die Pferde. Wo ist meine... Meine Kriegsflotte, hätte ich fast gesagt. Aber diese traurigen zwei... Zwei Schoner hier. Ich weiß nicht, ob man die so bezeichnen möchte. Zu wenig Nahrung. Okay, jetzt brauchen wir wieder Höfe. Für Höfe brauchen wir Holz. Und Holz... ...gebet hier. Okay. Dann... Sie greifen uns an! Was? Ja, das war aber tüchtig. Das von... Das von... Das von... Ich reiße mir nach und nach die ganze Weltkarte unter die Finger. Äh, unter den Nagel. So, mein Späaugust. Den lasse ich jetzt mal ne... Ne Hochrisikomission fliegen. Sie greifen uns an! Ja, wer hätte es vermutet? Ich. Ja, Milo. Reicht, Käpt'n! Reicht, Käpt'n! Reicht, Käpt'n! Ja? Okay. Oh? Da oben ist gar niemand. Sehe ich das richtig? Sehe ich das richtig? Und ja, im Übrigen, das ist mein Nachrichten-Ton. Das ist mein Nachrichten-Ton. Schnapp' ich mir da gleich die Pferde wieder. Ach, weiß ich was. Dann können die hier mal ein bisschen randalieren. Damit nicht nur immer wir angegriffen werden. Mev, ich grüße dich! Hi! Ich habe jetzt in dem Chat nicht die gebührende Aufmerksamkeit. Gib it mit. Ich habe jetzt in dem Chat-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton. Immer noch zu wenig Nahrung. Ich werde nicht mehr. Okay. Nachdem ich ja gerne Risiko minimierend arbeite, hier noch was hin. Ich habe jetzt in der Tat gegessen. Und ich gehe jetzt in der Tat. Gehen wir mal gucken hier. Okay, das war jetzt nix. Ui, wo kam denn da was geflogen? Das wird so ein mieses Katapult gewesen sein. Okay. Na, ich sehe schon mit diesen Orks ist es hier nicht so zu spaßen. Aber was ein Glück, es mangelt uns ja nicht am nötigen Geld oder den nötigen Ressourcen. Also machen wir jetzt hier mal die KFC Offensive. Okay. Haben wir jetzt hier alles abgeerntet? Unglaublich. Warum auch nicht? Na dann, dann weiß ich schon wo es weiter geht. Und zwar hier. Und du darfst hier weiter fröhliche Hilfe bauen. Alles klar. Auf das ich hier unsere Amie ein bisschen weiter aufstocke. Oh ja, und jetzt hier... Oh ja, und jetzt hier... Warum kann ich denn da keine Pferden bauen? Was soll ich tun? Was soll ich tun? Ich habe mit dem Auto zu schicken? Was? Hier geblieben... Gießerei! Ich brauche wohl noch eine Gießerei... okay sehe ich ein hier läuft alles so wie ich mir das vorstelle an allen ecken und enden wird hier produziert gebaut geschustert auch unser hochschirchen was soll ich tun soll ja nicht weiter arbeitslos sein und na dann Gold-Charge, weitermachen. Das ist mehr als genug Gold, würde ich behaupten. Um hier die restliche Mission zu überstehen. Das werden wir hier nämlich auch nicht in einem Aufwasch schaffen. Und dazu ist die Basis hier viel zu gut befestigt. Und da ist schon wieder noch ein Hof gebaut, oder? Ein vorbildlicher Arbeiter. So, und ihr seht schon, auf was ich aus bin. Nämlich, ich werde mir jetzt hier eine Pferde bauen und hier oben noch eine Basis errichten. Hier haben wir nämlich sowohl Holz als auch Gold. Aber zunächst kommen wir jetzt mal hier hin. Und tragen hier mit dieser Flotte den Krieg zu den Orks. Oh, Entschuldigung. Also, die Stützen werden mit dieser Blase bekommen. Oh, acquittés! Schon unterwegs! Oh, läufig! Oh, läufig, mit uns! Oh, läufig! Oh, läufig! Oh, läufig! Oh, läufig! Bei so einer kleinen Ablenkung lasse ich mich jetzt hier natürlich nicht verrückt machen. Gegen die Karelle, das bestärkt mich natürlich in meinem Vorhaben. Geil der Duw, Schöne unter den Wiss! Ein Käpt'n! Ein Käpt'n! Ein Käpt'n! Ein Käpt'n! Segel-Zier-Jesier! Ein Käpt'n! Ein Käpt'n! Ich muss sagen, die KI, ja gut, der ist super schlau, ist der jetzt auch nicht. Aber doof ist auch was anderes, ne? All sure! Sie greifen uns an! Schon unterwegs! Schon unterwegs, Captain! All sure! All Captain! Schegel sitzt schon unterwegs! All Captain! All Captain! All Captain! All Captain! All right, Captain! All sure! Schon unterwegs! Wunderbar. Ich würde sagen, ich beschleunige mein Vorhaben sogar. Und klopfen wir hier jetzt die Fähre voll. Mit meiner Streitmacht. Und dann gibt's mal auf die Nuss. Schegel setzen! Schegel setzen! Schegel setzen! Skipper! All right, sir! Kuhl unterweist! Kuhl unterweist! All right, sir! All right, Captain! All right, Captain! Passst du da noch rein? Auch nicht, ne? Mein Herr ist schon fehl. Skipper! All Captain! All Captain! Was soll ich tun? All right, Captain! So, Töte für den Imperator, stirbt für den Imperator. All right, Captain! All right, Captain! Auf geht's, Luzi! All right, Captain! Raus mit dem Gesinde! Was kannst du denn machen? Alles klar! Was kann ich tun? Ja! 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 Ja, Milo! Super, ich habe ihn gerade! Super! Ich wünsche! Ja, Milo! Oh, was habe ich da getan? Oh! Nichts wie weg! Nichts wie weg, die Allianz. Nichts wie weg, die Allianz. Die Allianz. Die Allianz. Geil, mach dran! Schuhe unterwegs. Äußer! Äußer! Eure Eminenz. Zubefügt nichts wie weg. 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 Das kann ich tun, die Allianz. Ja, zubefügt. Zubefügt. Ja, nichts wie weg. Zubefügt. Oh, oh. Sie greifen uns ein. Nein, Captain. Schuhe unterwegs. Mist. Tja, damit hätte man gleich nennen können. Ich gebe es ja zu. Vorheit. Nichts wie weg. Aber jetzt müssen sie sich erstmal von diesem Schlag hier erholen. Schuhe unterwegs. Das mache ich ihn ja auch noch kaputt. Was soll ich tun? Alles anders mache ich kaputt. Was soll ich tun? Mal weiter Soldaten produzieren. Ok, na dann, komm mal her, hol Lämme! Ok, das war jetzt sinnlos, ich geb's ja auch selber zu, ui, guck einmal da. Darauf werden wir gleich eine Pferde hier runter abkommandieren. Und da oben weiter Raubbau betreiben lassen, würde ich sagen. Was, wer, wo, warum, 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 warum. Hier hin und mit A, nicht mit S. Wunderschön. So, und ihr Lorchis steigt jetzt wieder ein. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Da, 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 da. Na, dich fangen wir auch mal ein. Halt! Zu Befehl! Zu Befehl! Für die Allianz! Feigel setzen eure Köpfen! Eiser! Eiser! So, schön weiter produzieren. Feigel setzen! Eiser! Alles klar. Ja, Milord, Milord. Was soll ich tun? Okay, alles klar. Okay. Was soll das? Ja, Milord. Warum auch nicht? Ja, Milord. Warum auch nicht? Ja, Milord. So, alle Mann mithelfen. Ach ja, du wolltest ja die hier mitnehmen. Ja, die, die Jungen. Und hier... Dann ist noch mehr Soldaten. Ja, ja. Oh, ich bin doch ein Dödel. Okay, komm. Nochmal. Stepper! Eiser! Ja. Sofort! Wie sie wünschen. Ja, Milord. Ja, Milord. Und mit dir? Können wir uns hier vielleicht sogar schon mal so einen Brückenkopf errichten? Okay. Sofort, wie sie wünschen. Ja, Milord. Uh, das läuft. Ja. Ja, Milord. Ja, Milord. Ja, Milord. Ja, Milord. Ja, Milord. Da. Ja. Ja, Milord. Ja, Milord. Ja. Ja, Milord. Ja. Du perdust die Strom. Na super! Voll verkackt! Voll verkackt! Ach so, ja. Warum was kann ich tun? Ja, warum auch nicht? Warum auch nicht? Sie greifen die Stadt an! Was soll ich tun? Was soll ich tun? Was soll ich tun? Zu beschädig, Allianz! Alles klar! Alles klar! Alles klar! Was soll ich tun? Erledigt Okay, was soll das? Warum auch nicht? Okay Wie Sie wünschen Zu bescheiden, Captain Was soll ich tun? Was soll ich tun? Wie Sie wünschen So, meine Liebenfluster helfen Jetzt gibt es dann gleich ein bisschen Action Jetzt furzeln wir da aber nicht mehr rum Was soll ich tun? Schuhe unterwegs Schuhe unterwegs Schuhe unterwegs Ja Wie Sie wünschen Ja, Milo Ich hätte gedacht, es wäre ein paar mehr Na gut Ja, Milo Wie Sie wünschen Sie greifen uns an Ja, läuft doch so high Ja, läuft doch so high So, meine Liebenfl scale Und ich habe mir da eine Lieb Ich habe mir da So, Radhaus weg. Dann habt ihr ein Problem, Leute. So, mit dem Weg noch größer das Problem. Und nur für den Fall. Ja, 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 Milo. So, Pog, sie greifen an, wie sie wünschen. Ja. Und die Rohstoffe, dann haben die nichts mehr zu machen. Wie sie wünschen. Wie sie wünschen. Ja, Milo. Ich glaube, ich lasse jetzt mal hier ein bisschen randalieren. Wie sie wünschen. Skipper. Schon unterwegs. Oh, Käpt'n. So. Ui, dauert diese Mission schon über eine Stunde. Wahnsinn. Kommt mir gar nicht so vor. Für mich verfliegt die Zeit. Für mich verfliegt die Zeit. Für mich verfliegt die Zeit. Was soll ich tun? Jamilor, Jamilor, wie sie wünschen. Die Pferde natürlich nicht, die nehmen wir mit nach unten. So kann sie noch ein bisschen rumgenehmigen kommen, ja. Hast ne gute Arbeit gemacht. Naja. So fort, Jamilor. He's even. So fort, so fort, so fort. Wie sie wünschen. Jo. Wie sie wünschen. Dann, kriegt es jetzt hier noch irgendwo was zu holen, oder? Vielleicht hier unten. Guck mal hier, oh ne, das sind Bäume. Na komm, du darfst jetzt mal hier... ...nach hier oben patrouillieren. Und hier mal nach hier oben. Und dann finden wir die verbliebenen Gegenden schon noch, hm? Ja, Milo. Ja. So fort. Aber hier stehen die zwei Höfe etwa noch. Ja, klar. Das wär' ne Erklärung. Oh, ja klar. Wie sie wünschen, ja. Ja, dann. Komm. Jetzt gibt's Megge. Bäm. Und? Und? Muss ich doch mal was suchen. Ja. Ja. Okay. Ja. So fort. Das ist jetzt die... Oh, hey! Onsai, tschuldige, tschuldige. Ich hab' nicht aufgepasst. Ich bin schuld. Ich schäme mich ein bisschen. Schön, dass wir uns mal wieder sehen. Ich spiele, wie du sehen kannst, ähm... Warcraft 2. Ja. Wie sie wünschen. Eines der Meilensteine der Echtzeitstrategie. Und... Ja. Ja. Absoluter Retro-Flash einfach, ne? Ja, Milo. Und ich suche jetzt hier verzweifelt nach... Ja. ...den Resten der Org-Basis. Aber ich find's ja einfach nicht. Da fliege ich jetzt hier ein bisschen mit diesem Flugapparat herum. In der Hoffnung, da noch irgendwas zu finden. Ja, Milo. Aber es sieht momentan gar nicht mehr so gut aus. Hm. Dann werde ich mir jetzt hier wenigstens irgendwo eine neue Ölquelle erschließen. Tja, das ist auch nix. Ach, komm. Aber dieses Gesuche nach dieser einen verbliebenen Einheit. Ach ja. Wo denn? Mal bitte. Ja, endlich. Komm. Das ist jetzt tatsächlich auch schon egal. Ah, den binde ich mir hier jetzt. Zack. Ach, komm. Muss ich da noch welche runterholen? Ja, okay. Ich muss zugeben, er wehrt sich ehrenhaft. Oh. Fünfjähriger Nachwuchs, äh, äh, fünfmonatiger Nachwuchs. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, da haben wir wirklich andere Prioritäten. Das kann ich mir gut vorstellen. Wo sind denn hier meine? Na ja, da sind sie ja. Und vergreifen uns an! So. Bis jetzt. Hoffentlich gut. Jo, siegreich. Sehr, sehr schön. Mission 6. Gleich mal speichern. Speichern ist ja das Wichtigste. Und wie es bei der nächsten Mission dann weitergeht, das zeige ich euch im nächsten Teil meines Let's Plays von Warcraft 2. Hier zusammen mit Bonsai und vielen weiteren. Bis dann, Valde. Ciao, ciao.